Das ist Thomas Derksen. Er war mal Bankkaufmann einer Sparkasse. In seiner neuen Heimat China ist er ein Star. Wie oft passiert es, dass Sie auf der Straße erkannt werden? Also schon so sechs, sieben Mal täglich. Thomas Derksen ist Influencer. Er wirbt in China für deutsche Firmen im Netz. Seit vier Jahren erlebt er in Shanghai, wie das digitale China Deutschland überholt. Zum Beispiel beim Bezahlen. Ein Scan und der Kaffee ist gekauft. Aber nicht nur der. Thomas Derksen organisiert sein ganzes Leben per App. City Service zum Beispiel, wo man nachgucken kann, wie für Rente ich bekomme. Eine Krankenversicherung, einen Strafzettel. Man kann sich seine Stromrechnung bezahlen, seine Arztrechnung bezahlen. Also man kann alles machen und das alles in einer ganz einfachen App. Ich habe jetzt mein Portemonnaie nicht dabei. Ich habe nur mein Handy dabei. Und weil das inzwischen bei den meisten Menschen in China so ist, haben sogar die Ärmsten auf Mobile Payment umgestellt. Er trägt den Code für die Bezahl-App um den Hals. Die Digitalisierung ist ja wirklich eine Revolution. Und da kann man sich, glaube ich, nicht aussuchen, ob man das möchte oder nicht, sondern man muss mitmachen. Die Digitalisierung. Keine Innovation brachte so viel Veränderung in so kurzer Zeit. Ist der Blick nach China einer in unsere eigene Zukunft? In der digitalen Welt verschieben sich gerade die Machtverhältnisse. Gigantische Digitalunternehmen dominieren die globale Wirtschaft. Deutschland scheint abgehängt. Der Modehändler Zalando will den Kampf aufnehmen. Dieser Film wird dabei sein. Wir glauben schon, dass es im Markt zu einer Konzentration der Player führen wird. Und die verantwortlichen Politiker? Das Internet ist für uns alle Neuland. Haben Sie eine Vision für Deutschlands digitale Zukunft? Dieser Film begleitet Digitalstaatsministerin Dorothee Bär. Also bei mir ist nicht Mobile First, sondern Mobile Only. Experten beobachten auf der ganzen Welt ein Rennen zwischen Politik und Wirtschaft um die Macht im Neuland. Ganz sicher stecken wir tief drin in einem gesellschaftlichen Umbruch. Wer wird diesen Kampf zwischen diesen beiden Systemen gewinnen? Politik und Technologie? Europa läuft im digitalen Bereich hinterher. Deutsche Politiker haben mindestens ein Jahrzehnt verschwendet. Große Tech-Firmen wissen mehr über uns als die Stasi. Die Frage ist, wer hat die Macht im Internet? Herzlich willkommen im Neuland. Die Kleinstadt Marienheide in Nordrhein-Westfalen. Das ist die alte Heimat von Thomas Derksen aus Shanghai. Hier wohnen seine Eltern. Für diese Sparkasse hat er gearbeitet, bevor er Influencer wurde. Die Werbevideos für deutsche Firmen produziert er mit seiner Frau Li Ping zusammen. In China folgen Derksen inzwischen 10 Millionen Menschen online. Viele schauen seine Videos, wie dieses, indem er für die Schulranzenmarke Ergobag wirkt. In China ist er unter dem Namen Afu bekannt geworden. Und was bedeutet Afu? Afu bedeutet der Glückliche, so grob übersetzt. Weil viele Follower sagen, meine Figur erinnert die an so einen glücklichen Buddha. Und deswegen Afu passt sehr gut zu mir. An diesem Tag hat Thomas Derksen einen Termin bei Ergobag in Köln. Für sie hat er sein bislang erfolgreichstes Video gemacht. Gordon Ebert, dem China-Verantwortlichen von Ergobag, war schon länger klar, dass die Marke auch auf den chinesischen Markt muss. Wenn wir in Deutschland ungefähr 700.000 Einschulungen pro Jahr haben, dann sind es in China ungefähr 16 Millionen. Jetzt werden sich nicht alle 16 Millionen Kinder oder Eltern ein Ergobag vielleicht leisten können. Aber wenn wir davon 10 Prozent erreichen, dann haben wir mehr als das Doppelte, was wir in Deutschland am Markt haben. Influencer Derksen sollte dabei helfen. Die Idee, er filmt, wie Ergobag der Familie eines Taxifahrers Schulranzen schenkt. Und Geld für den Schulbesuch des Sohnes, umgerechnet 2500 Euro dazu. Da ist das Video richtig abgegangen. Das Video ist, glaube ich, am 13.8. live gegangen. Und ab dem 13.8. hatten wir so zweieinhalbfach, dreifache Umsatzzahlen pro Tag. Durchgehend bis zum Einschulungstag in China. Also deswegen konnten wir schon sehr, sehr genau sagen, dass der Traffic uns hilft. Von den Videoplattformen werden die Zuschauer in der Regel direkt zu den Online-Shops von Alibaba weitergeleitet. Eines der größten Plattformunternehmen der Welt. Wer als Deutscher in China Waren verkaufen will, muss dorthin. Weil alles sich dort tummelt. Also das ist quasi Suchmaschine, ist alles in einem Paket. Wenn der Kunde irgendwas sucht, dann sucht er dort. Und findet dann dort auch ein Ergebnis und kann dort auch kaufen. Mit Alibaba hat sich in China eines der ersten Mega-Plattformunternehmen der Welt gebildet. Die Firma ist in allen Lebensbereichen präsent. Mit Alipay können die Kunden zahlen. Auf der Verkaufsplattform Tmall shoppen. Oder auf Taobao, dem chinesischen Ebay, Dinge versteigern. Sie können per Amap navigieren, sich per Elema Lebensmittel liefern lassen. Alicloud gehören riesige Speicherfarmen, die Infrastruktur des Internets. Und Alibaba Pictures produziert und vermarktet Hollywood-Filme. Nur ein kleiner Ausschnitt der großen Alibaba-Welt. Eine Entwicklung, die der britische Technologie-Experte Jamie Bartlett auch bei den US-amerikanischen Plattformen beobachtet. Google und Facebook und all die, von denen sie ständig hören, sind nicht mehr nur Suchmaschinen oder Social-Media-Plattformen oder Video-Sharing-Plattformen. Sie verzweigen sich zunehmend in andere Bereiche. Amazon ist nicht mehr nur ein Verkäufer von Produkten. Es ist auch ein Anbieter von erstaunlichen Mengen von Internetservern. Die wertvollsten Unternehmen der Welt sind längst Plattform-Unternehmen. Auf den vorderen Plätzen nur Firmen aus den USA und China. Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook. Aus China dabei Alibaba und Tencent. Einziges deutsches Unternehmen überhaupt in den Top 100. SAP auf Platz 58. Aber einige deutsche Unternehmen versuchen aufzuholen. Im Sommer 2019 hat der Modehändler Zalando in Berlin sein neues Headquarter eröffnet. Zweimal im Monat ist Onboarding-Day. Der Tag, an dem die Neuen begrüßt werden. Wo werden Sie arbeiten? 200 sind es allein heute. 200 von inzwischen 14.000. Die Snacks sind auf die neue Belegschaft abgestimmt. Der durchschnittliche Zalando-Mitarbeiter ist Anfang 30 und spricht Englisch. Sie kommen aus der ganzen Welt. Ich war wirklich überrascht, als ich so viele Leute gesehen habe. Ich habe gehört, Zalando stellt viele Mitarbeiter ein. Aber das habe ich nicht erwartet. Ich bin aufgeregt. Es bedeutet, dass sie etwas Gutes tun. Ich glaube wirklich, dass Zalando aus vielen Gründen ein sehr interessantes Unternehmen ist. Vor allem bin ich eine sehr zufriedene Zalando-Kundin. Ich erwarte ein dynamisches Arbeitsumfeld. Und dass ich viel lerne und in meiner Karriere vorankomme. Die Neuankömmlinge dürfen das Herz der Firma sehen. Machen wir doch eine Tour. Ein Ort, der so designt ist, dass mancher nur ungern nach Hause geht. Keine festen Einzelbüros, sondern flexible Working Spaces. Angelehnt an die großen Vorbilder Google, Apple oder Facebook. Auf dem Boden die Prinzipien der Gründer. Geschwindigkeit und Unternehmergeist. Ihr habt ja einen tollen Blick. Und bitte, nicht springen. Bitte, nicht springen. Und auch sie gehören zur Familie. Die Bilder der Bürohunde finden sich bei Instagram unter Hashtag Zalandox. Da ist unser Basketballplatz. Hier könnt ihr mit Kollegen entspannen. Alkohol ist erlaubt, ja. Ihr könnt euren eigenen Basketball mitbringen. Und eure Freundin oder euren Freund. Euer Freund. In den Begrüßungsreden werden die Neuen darauf vorbereitet, nicht nur Teil einer Firma, sondern einer Mission zu werden. Ann Pascual ist Chefin für Produktdesign. Wir freuen uns sehr, euch an Bord zu haben. Und ich persönlich freue mich sehr, euch mehr über unsere Geschichte zu erzählen. Die hat 2008 in Deutschland mit der verrückten Idee begonnen, Schuhe online zu verkaufen. Dieser Optimismus, dass etwas Verrücktes möglich ist, ein Ja, anstelle eines, das wird niemals funktionieren, das ist, was uns alle zusammenhält. Das neue, hochgesteckte Ziel, Zalando will ebenfalls zur Plattform werden. Nicht mehr nur Online-Kaufhaus, sondern digitale Fußgängerzone. Will Kunden und Händler verbinden und dafür die Regeln festlegen. Was bedeutet das, eine Plattform? Am Ende geht es darum, die erste Anlaufstelle für Mode zu werden. Es gibt andere Beispiele in eurem Leben. Wenn ihr nach Unterhaltung sucht und nicht wisst, was ihr am Freitag oder Samstagabend schauen wollt, empfiehlt Netflix euch, was ihr gucken sollt. Diese starke Bindung an diese Plattform wollen wir erreichen. Der Ausgangspunkt werden für Mode. Diese Rolle will Zalando im Leben der Leute spielen. Als nächste spricht Lisa Michayka. Es ist wunderbar, so viele von euch hier zu sehen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa. Sie hat früher bei einer großen Unternehmensberatung gearbeitet, ist bei Zalando schnell aufgestiegen. Jetzt leitet sie das Geschäft für Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen und Tschechien. Unter ihr soll Zalando in all diesen Ländern zur Plattform werden. Also die Plattformstrategie an sich bedeutet ja auch, dass ich Marken einkaufen kann, die nicht bei Zalando im Lager liegen, sondern halt auch wirklich von unseren Partnern direkt verkauft werden. Also wir haben 1300 Offline-Läden angebunden und die erwirtschaften teilweise auch einen Großteil ihres Umsatzes schon über Zalando. Auch klassische Fußgängerzonen-Läden. In Weimar zum Beispiel. Hier hat Zalando die Konsumwarenhäuser an die Plattform angeschlossen. Das Schiller-Kaufhaus in der Fußgängerzone ist das größte Geschäft der Stadt. An diesem Mittag werden die Trends des Frühjahrs vorgestellt. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer großen Moderunde hier in Ihrem Schiller-Kaufhaus. Wir freuen uns natürlich, dass Sie schon einmal einen Blick werfen wollen auf die kommende Saison. Ich darf Ihnen eines verraten, die Saison wird auf gar keinen Fall langweilig. Hier geht es weiter mit unserer Katka. Pflege der Stammkunden, für die der Kaufhausbesuch immer noch wichtig ist. Bei den Herren geht es wieder zurück, und zwar von den Neontönen weg, zu Pastellfarben. Auch hier wird Schwerpunkt auf das Hemd gesetzt. Hinten im Lager läuft währenddessen das Plattformgeschäft. Die Bestellungen von Zalando-Kunden kommen aus ganz Deutschland. Der Rob, der geht immer noch, das gibt es nicht. 24 Stunden am Tag. Neulandarbeit. Konstanze Hebestreit und Christiane Gohl suchen die Zalando-Ware. Das Internet hat einen neuen Beruf erschaffen. Neben der Fachverkäuferin gibt es nun noch die sogenannte Pickerin. Was hat denn die für eine Artikelnummer? Hat hinten die ERN 004. 004, die ist es nicht hier. Ne, ich habe hier 525. Das ist auch keiner weiter, gell. Meine Aufgabe ist jetzt quasi, das Teil, was hier die Kunde bestellt hat, die Kundenbestellung, auf der Fläche zu suchen aktuell, und die dann zum Versenden mit ins Lager zu nehmen, quasi einzupacken. Wie viele gibt es heute? Heute gibt es, wir haben aktuell relativ viele Aufträge drin. Das waren heute 150 bis 200 Stück. Wir dürfen unser Seitenpapier verwenden, dürfen unser Logo hier mit aufkleben. Also der Kunde sieht schon, dass es vom Konsum Weimar aus dem Schillerkaufhaus kommt. Das war schon eine Umstellung für alle Mitarbeiter, dass man nicht den Kunden an sich vor sich hat, sondern schon einfach eine Liste bekommt, einen Teil einpackt und das unpersönlich dann eben auch sendet. Jetzt haben sie sich gut reingefunden und machen das auch mit Herzblut. Um auf die Plattform zu kommen, zahlt das Schillerkaufhaus an Zalando eine Gebühr. Wie hoch die ist, darüber schweigen beide. Ein Warenhaus als Plattformversender. Ist das die Rettung oder der Anfang vom Ende des Offline-Handels? Der stationäre Einzelhandel wird sich nicht abschaffen, den wird es weitergeben, aber in einer komplett anderen Form. Die kleinen und mittleren Unternehmen mit ihren Belegschaften könnten die Verlierer im Neuland sein, fürchten Ökonomen. Die Plattform-Ökonomie sei der Beginn eines neuen Zeitalters. Das ist insofern auch eine neue Ökonomie, weil man braucht nicht unbedingt drei oder vier Plattformen, man braucht einen Marktplatz. Und deswegen haben diese Plattformen diese Tendenz, doch Märkte an sich zu reißen, also sprich zum Mundpolen zu tendieren. Und weil der Markt so dominiert wird, von wenigen Playern, haben wir im Grunde kaum eine Wahl. Ich würde sagen, die großen Plattformen beherrschen nicht den Markt, sie sind im Grunde genommen der Markt. Die Digitalunternehmen wachsen in enormem Tempo. Seit Anfang 2010 haben Amazon, Facebook, Apple, Microsoft und Google im großen Stil Firmen zugekauft. Global agierende Neuland-Unternehmen haben eine Besonderheit. Ihre Belegschaften sind unterdurchschnittlich klein. Zählt man die Mitarbeiter großer Digitalunternehmen zusammen, arbeiten in all diesen Firmen ungefähr so viele Menschen wie in einem klassischen Konzern der alten Industriewelt. Siemens zum Beispiel. Der Wert der Unternehmen entkoppelt sich von der Zahl der Mitarbeiter. Instagram hatte nur 13, als es für eine Milliarde von Facebook übernommen wurde. Das Ergebnis, reich geworden sind häufig vor allem die Gründer und Aktionäre von Amazon, Facebook, Alibaba. Und die Investoren hinter Zalando. Geschätztes Vermögen, gut drei Milliarden Dollar. Ich habe gesagt, wer kommt, der Kerl, eine 20 Jahre! Wenn im Neuland mächtige Unternehmen davoneilen und den Markt bestimmen, braucht es dann eine Kraft, die dagegen hält? Die Politik? Die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, besucht die Computerspielmesse in Köln. Als Neuland-Verantwortliche ist sie seit zwei Jahren im Amt. Verkehrsminister Andreas Scheuer und sie wollen Begeisterung fürs Digitale schaffen. Doro ist eine, die schon über Jahre das Thema Games und die Innovationskraft formuliert hat, das Thema E-Sports nach vorne bringt, natürlich auch das Thema digitale Infrastruktur, viele, viele andere Themen. Sind alle so begeistert wie Sie beide im Kabinett? Das muss man mal die anderen fragen, aber wir sind ganz vorn dabei. Dorothee Bär absolviert oft zehn, manchmal 15 solcher Termine am Tag. Ihr großes Ziel? Digitalisierung soll überhaupt als politisches Thema wahrgenommen werden. Ich habe mal lax gesagt, dass viele meiner Kollegen hoffen, dass das mit diesem Internet auch irgendwann mal wieder vorbei ist. Da ist schon auch ein Körnchen Wahrheit dran, dass eben auch einige der Meinung sind, wenn wir es nur lang genug verleugnen, passiert das Ganze auch eben nicht. Dorothee Bärs Büro ist im Kanzleramt. Eine Etage unter Angela Merkel. Ich habe mein Smartphone und zwei Tablets. Also Sie sehen ja auch, dass ich gar keinen Computer hier stehen habe. Ich habe den auch sofort abbauen lassen, auch schon im alten Haus. Ich habe auch in meinem Bundestagsbüro keinen. Also bei mir ist nicht Mobile First, sondern Mobile Only. So, heute, gut, das ist noch von gestern. Da freue ich mich, dass mein eigener Ministerpräsident jetzt meine Liebe zu Games unterstützt und jetzt hier in Bayern noch mal mehr Geld für die Games-Förderung in die Hand nimmt. Das ist natürlich super. Dann das Interview. Dann ein Fotograf für ein anderes Interview. Also heute ist ein sehr starker Medientag. Dann mein Frühstück, was ich leider nicht rechtzeitig fotografiert hatte. Warum haben Sie das fotografiert? Warum haben Sie es online gestellt? Ach, na, weil das freut die Leute ja, wenn sie sehen. Und außerdem wollte ich heute mal, ich mache das ja nicht jeden Tag, ich schaffe es auch nicht jeden Tag, aber heute wollte ich tatsächlich mal alle Termine so der Reihe nach zeigen, weil das ja auch immer ganz schön ist, aus Transparenzgründen, was macht man eigentlich so den ganzen Tag. Bärs Büro, dazu ein Vorraum. Schon endet ihr Neulandbereich im Kanzleramt. Ein eigenes Ministerium für Digitalisierung gibt es nicht. Aber die Aufgaben, die die Politik lösen muss, sind zahlreich. Wer erledigt sie? Wie hat sich die Bundesregierung aufgestellt? Ich habe gar kein Organigramm, sondern ich habe mal Ihnen was ganz Neues mitgebracht. Das kennt auch noch niemand. Und zwar ist das ein sogenanntes Dashboard, wo man tatsächlich mal sagen kann, wer ist eigentlich zuständig. Das ist jetzt erst mal nur ein erster Entwurf, erster Dummy, mal zu schauen, welche Häuser sind damit befasst. Und das Gute ist schon mal, alle Häuser sind damit befasst. Das Verkehrsministerium verantwortet zum Beispiel die digitale Infrastruktur. Im Arbeitsministerium kümmert sich die Denkfabrik um Digitales. Das Innenministerium soll die Verwaltung digitalisieren. Und das Wirtschaftsministerium begleitet die digitale Transformation. Insgesamt sind in allen Ministerien 244 Teams in 76 Abteilungen mit digitalen Fragen befasst. Zusätzlich gibt es die Digitalabteilung im Kanzleramt für Strategiefragen. Und den Digitalrat, ein Expertengremium. Im Digitalkabinett sollen alle 15 Minister mit Fachpolitikern zusammenkommen. Und im Innovation Council Politik und Wirtschaft. Und sie soll das alles mitkoordinieren. Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung. Auch online hat Docupy sich bereits mit dem Neuland beschäftigt. Und Bundespolitiker befragt, ist die Politik für die Digitalisierung gut aufgestellt? Was sagen die Kritiker? Sie sehen ja, wie problematisch das ist. Jeder wurschtelt so vor sich hin. Die großen Zusammenhang gibt es nicht. Halte das für ganz fatal. Wenn alle zuständig sind, dann ist am Ende irgendwie auch niemand zuständig. Es muss jemand sein, der oder die Ministerin ist, die ein Budget hat, die einen Personalstab hat und quasi oben ist, um andere, die mit zuständig sind, irgendwie zu koordinieren und zusammenzufassen. Diese Stelle ist rein theoretisch die Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt, Dorothee Bär. Faktisch hat sie kaum Macht. Dorothee Bär hat kein Budget. Das ist eine Staatsministerin, die quasi nur im Schaufenster steht, damit man zeigt von der Bundesregierung, wir nehmen die Digitalisierung ernst. Man gibt ihr aber nicht die Macht. Ich schätze die Kollegin sehr, aber ihr fehlt der Unterbau, ihr fehlen die Haushaltsmittel, ihr fehlt auch die Macht im Kabinett, genau diese Themen voranzutreiben. Also bei uns gibt es den schönen Satz, Madler, was greinst, geschehen ist geschehen, also auf Deutsch Mädchen, warum meinst du? Geschehen ist geschehen oder um es höflicher auszudrücken, dass man natürlich immer mit all dem, was da ist, auch umgehen muss. Ja, so viele, so viele, höh, höh, muss nur eine Person sein, das ist ja schon der völlig falsche Ansatz. Mein Ansatz ist, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und tut es das, wenn der Staat mit seinen Schaubildern zum Beispiel auf zentral gesteuerte Plattformunternehmen trifft? Digital-Gipfel der Bundesregierung in Dortmund. Staatsministerin Dorothee Bär will auch hier vor allem die positiven Seiten der Digitalisierung betonen. In einem Nebensaal trifft sie auf eine Schülergruppe. Die Bundesregierung investiert in den nächsten Jahren 5 Milliarden Euro in eine bessere digitale Ausstattung an Schulen. Aber einer in der Runde hat Sorgen, dass das Geld vielleicht nicht ankommt, weil die Schulen es eigenständig beantragen müssen. Ein weiteres Problem ist, dass, wenn jetzt ein Rektor darauf keine Lust hat, dann haben die Schüler, dann haben die ein Problem, weil es nun mal jetzt keine Verpflichtung ist. Man muss selber auf diese Ämter zugehen und deswegen, das ist das Problem, dass das pädagogische Konzept nicht wirklich in der Praxis umgesetzt wird und dass dadurch dann die Schüler darunter leiden könnten. Also du hast jetzt genau elfmal das Wort Problem verwendet. So, vielleicht waren es auch zwölf oder zehn. Auf jeden Fall finde ich es einfach zu viel, sage ich dir auch ganz offen. Also auch da sehe ich mehr Chancen, wo es sinnvoll eingesetzt werden kann und die Konzepte gibt es eigentlich. Die gibt es auch flächendeckend. So, jetzt ist jemand anders dran. Bitte. Welche sozialen Medien Sie vielleicht nutzen persönlich? Mein Lieblingstool ist Instagram. Tatsächlich, warum? Weil da die Menschen auch wesentlich freundlicher sind. Für mich ist es schon wichtig, wie auch miteinander umgegangen wird. Bei Instagram postet Dorothee Bär regelmäßig Bilder von ihren Besuchen bei großen Plattformunternehmen wie Facebook oder Google. Aber was ist mit den Problemen, vor die die Neulandunternehmen die Politik stellen? Ein Beispiel. Seit Jahren zahlen die Megaplattformen trotz Milliardenumsätzen kaum Steuern. Auch weil sie Gewinne und Verluste weltweit buchen. Das Ergebnis? Während Spitzenverdiener in Deutschland bis zu 45 Prozent Steuern zahlen, zahlen in der EU klassische Unternehmen im Durchschnitt 23,2 Prozent. Digital-Unternehmen nicht einmal halb so viel, 9,5 Prozent. Das ist aber immer noch mehr als die größten Digital-Player-Zahlen. Ein Beispiel aus den USA. Amazon machte dort 2018 einen Gewinn von 11,3 Milliarden Dollar und zahlte darauf keinerlei Steuern. Netflix bei 1,6 Milliarden Gewinn 15 Millionen Dollar. Eine Steuerquote von einem Prozent. Verstehen Sie, dass es die Leute ärgert, die normalen Steuern zahlen? Die sagen, ich zahle fast 50 Prozent und die zahlen einen Bruchteil davon? Naja, die zahlen natürlich weniger Steuern, aber ich bin auch immer dagegen, dass wir so einen Handelskrieg machen. Jeder zahlt auch bei uns seine Steuern im Ursprungsland. Und deswegen kommt es immer darauf an, was gebe ich vor und was kommt dann auch zurück. Es ist immer sehr populistisch zu schreien, es muss noch mehr gezahlt werden. Also es muss schon auch in einer gesunden Balance stattfinden. Eine stärkere Besteuerung von Digitalunternehmen ist weltweit ein Thema. Eine Hauptrednerin beim Digital-Gipfel ist Margrete Westhager, EU-Kommissarin für Digitales. Eine Art europäische Dorothee Bär, die aber ganz anders klingt. Wir müssen einen Rahmen dafür schaffen, dass Digitalunternehmen Steuern zahlen, wie jedes andere Unternehmen auch. Wir brauchen Regeln, um sicherzustellen, dass Plattformen den Menschen dienen und nicht andersherum. Je näher man sich anschaut, wie diese Unternehmen vorgehen, desto klarer wird, dass sie eine wichtige Sache gemein haben, ihren Hunger nach Daten. Und wenn der Alltag von den Apps der Plattformen bestimmt ist, liefern Menschen diesen Datennachschub rund um die Uhr. Wie in China. Die Fahrräder nur buchbar per App. Wer die App nicht hat und ein Taxi anhalten will, wartet oft vergeblich. Und wer durch die Eingangskontrolle von Chinas Importmesse will, muss sein Gesicht scannen lassen. Auch deutsche Unternehmer stellen auf der Messe aus. Gordon Ebert von Ergoback zum Beispiel. Das ist nur für Werbezwecke. Wir sind Ergoback, wir verkaufen Schulranzen. Sehen Sie? Es ist ganz leicht. Oder Sie sind so stark. Zwei oder drei Kilo ist nur Luft drin. Afu, das Werbegesicht, schaut nur kurz am Stand vorbei. Wann stehst du wieder zurück? Sonntag erst. Schnell noch ein Selfie, dann muss er weiter. Hier kann Ergoback bis zu einer halben Million Messebesucher erreichen. Aber die Kunden kaufen online. Auf den Seiten der großen Plattformen. Ergoback zahlt, genau wie das Schiller-Kaufhaus in Weimar, Gebühren an die Plattform und gibt seine Daten an Alibaba. Um erfolgreich zu sein, muss man natürlich auch investieren. In der Plattform selbst. Und das sind Marketingausgaben, die wir direkt auf der Plattform mit Tmall machen. Und wenn man sie nicht tun würde, dann würde man auch nicht gefunden oder eben mal ganz, ganz weit unten im Suchergebnis. Gleichzeitig stillt auch Ergoback den Datenhunger der großen Plattformen. Wissen Sie, was mit den Daten, die Sie als Unternehmen hier einspeisen, in China, ins Netz, was mit denen passiert? Ne, keine Idee zu. Da kommt man aber auch meines Erachtens keine Auskunft zu. Wenn er im Café mit der App Alipay bezahlt, hinterlässt auch Thomas Derksen Daten. Weiß er, wie viel die Plattform über ihn weiß? Da gibt es schon große Datenmengen. Also man kann natürlich als Einsiedler irgendwo leben. Aber wenn wir da nicht mitmachen, dann werden wir irgendwann hinten anstehen und nur noch den anderen zugucken können. Wir haben Freunde, das ist auch ein deutsch-chinesisches Ehepaar und die haben auch in Deutschland gelebt. Und da hat die Frau gesagt, ich möchte nicht mehr im Mittelalter leben. Lass uns zurück nach China gehen. So läuft das Geschäft im Neuland. Die Plattformen bieten Reichweite und Komfort. Im Gegenzug verlangen sie Daten von Unternehmen und Kunden. Nicht nur in China. Wir beobachten derzeit ein großes Verlangen nach Daten. Getrieben von den Geschäftsmodellen der Tech-Firmen. Man kann im Internet mir dabei zugucken, wie lange ich auf einer Webseite bin, wie stark ich damit interagiere, welche Produkte mich interessiert haben. Man kann sich ansehen, was für Themen ich bevorzugt ansehe. Man kann Abschätzungen darüber treffen, welchen Beruf ich wohl haben werde, je nachdem, für welche Themen ich mich interessiere. Und das wird alles gesammelt, wird zu Profilen zusammengestellt. Stellen Sie sich eine Zeit vor in 10 oder 15, 20 Jahren gar nicht so weit weg. Dann wird jemand, der 18 Jahre alt ist, fast sein ganzes Leben als Datensatz vorliegen haben. Fitnesslevel, Ernährungslevel, Koffeinaufnahme, alles. Das ganze Internetverhalten. Alle Posts. Große Digitalunternehmen wissen mehr über uns als die Stasi. Ohne Zweifel. Anders als bei der Stasi liefern die Kunden im Neuland die Daten aber oft freiwillig. Es ist ein verlockendes Angebot. Je mehr Daten die Kunden an ein Unternehmen geben, desto genauer kann es das Produkt auf die Wünsche jedes Einzelnen zuschneiden. Ein Beispiel, die sogenannte Size-and-Fit-Abteilung von Zalando. Das größte Problem von Modeplattformen, die Umkleidekabine fehlt. Fühlt sich an wie ein Kartoffelsack. Deshalb lässt Zalando Menschen mit Durchschnittsmaßen die Kollektion anprobieren. Wir generieren hier Daten zur Passgenauigkeit, ob etwas zu klein oder zu groß ist. Das sind unsere Standardmodels, die unsere Kunden repräsentieren und wir sammeln ihr Feedback. Stasia Carr ist Director of Sizing. Ihr Ziel, so viele Daten zu sammeln, dass Zalando immer die passende Größe liefert. Im Moment schicken die Kunden rund die Hälfte der Bestellungen zurück. Die Retouren sind die Achillesferse des Neulandhandels. Stasia Carrs Algorithmus soll dieses Problem lösen. Wir nennen das, was Sie hier sehen, eine personalisierte Größenempfehlung. Bei Kunden, die wir schon etwas besser kennen, die schon bei Zalando eingekauft haben, schauen wir, Was haben Sie bisher gekauft? Welche Größe? Und dann sehen wir, ob der Artikel eher zu groß oder zu klein ist. Dann kombinieren wir diese Signale zu einer Größenempfehlung. Also wir brauchen praktisch die Kundendaten, um die Größenempfehlung machen zu können. Alles passiert durch Algorithmen. Wer den Kampf um die Passgenauigkeit gewinnt, bindet Kunden für die nächsten Jahrzehnte. Aus den Millionen Kundendaten erstellt das Team von Produktdesignerin Anne Pascual spezielle Profile. Vom modebewussten Adopter bis zur kritischen Dissatisfied, der Unzufriedenen. Wenn wir uns dieses Feedback anschauen, dann erkennen wir Muster, Verhaltenstypen. Das heißt, dass wir auf der einen Seite dem Kunden das Verständnis geben, wir kennen dich, hier sind Dinge, die du magst. Und hier sind vielleicht Dinge, von denen du noch nicht wusstest, dass sie spannend und relevant für dich sind. Zalando nutzt die Kundentypen auch, um zielgerichtete Werbung zu schalten. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass die Firma Daten unzureichend schützt. Online hat Docupy unter der Rubrik Datengold mehrere Fälle recherchiert, die zeigen, wie andere Unternehmen die Macht der Daten missbrauchen. Längst befürchten Wissenschaftler, dass Kunden auch gegen ihren Willen beeinflusst werden könnten. Ein Beispiel. Ein Paar, Anfang 30, denkt über Kinder nach. Aber die beiden sind auch reisefreudig. Aus ihrem Klickverhalten im Netz wissen die großen Plattformen dies über sie. Und was passieren kann ist, diese Informationen werden an den meistbietenden verkauft. Stellen Sie sich zum Beispiel ein Unternehmen vor, das sich auf Fruchtbarkeitsbehandlungen spezialisiert hat und die Menschen dazu ermutigt, reisen zu gehen, um das Kinderkriegen zu verzögern. Sie könnten ihnen etwa mehr Urlaubsvideos oder Werbung für Reisen anzeigen oder sogar mehr Videos von Freunden, die verreisen, anstatt Babyvideos. Diese Menschen kommen vielleicht fünf Jahre später, nachdem sie viel gereist sind, in die Situation, in der sie künstliche Befruchtung benötigen. Und genau darauf sind diese Unternehmen möglicherweise aus, sich künftige Kunden zu schaffen. Daten, die auf Dauer gesammelt und zentral gespeichert werden. Sie sind der Rohstoff, der die großen Plattformen immer weiter wachsen lässt. Bei Zalando arbeitet das Team von Lisa Mitschaika an der Frühjahrskampagne. Man will noch mehr Kunden noch direkter ansprechen. Setzt euch hin, wo ihr wollt. Wir denken über eine Aktion mit Influencern nach, um emotionale Bindung herzustellen. Denn das soll zeigen, dass Zalando eine Plattform ist, weil man so einfacher zusammenarbeiten kann. Habt ihr schon über Gesichter gesprochen oder ist das noch zu früh? Also mit wem wir arbeiten wollen. Das ist noch zu früh. Wir sind noch am Briefing für die Kampagne. Eines unserer Key-Mottos ist High Challenge, High Support. Dass ich als Führungskraft halt immer wieder sehr regelmäßige Checkpoints habe mit meinen Mitarbeitern, um sicherzustellen, sind die noch on track. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig und das leben wir halt auch wirklich aktiv. Bei der Mitarbeiterführung verlässt sich Lisa Mitschaika nicht nur auf ihren persönlichen Eindruck. Denn Zalando sammelt nicht nur die Daten der Kunden, sondern auch die der Mitarbeiter. Die Firma nennt das Prinzip 360-Grad-Feedback. Also es geht wirklich darum, dass ein möglichst umfassendes Bild von der Person einfach erstellt werden kann. Und wir gehen einfach gemeinsam die Kollegen durch, mit denen der Mitarbeiter viel in den letzten sechs Monaten oder zwölf Monaten gearbeitet hat. So nahe heißt das zugehörige Computerprogramm. Und so funktioniert es. Mitarbeiter bewerten sich gegenseitig. Benoten in einem digitalen Tool die Stärken und Schwächen der Kollegen. Philipp Stab ist Professor für die Zukunft der Arbeit. Er hat in einer Studie untersucht, wofür Firmen wie Zalando diese Daten nutzen. Diese Bewertungen werden gesammelt und dann aggregiert zu dem, was man üblicherweise einen Score nennt. Und was diese Unternehmen dann in aller Regel machen, ist, aus irgendeinem Grund hat sich da eine Dreiteilung etabliert. Da gibt es dann sozusagen Schlecht-, Mittel- und Gutleister, High-, Low- und Mid-Performer. Das ist die Macht der Zahlen. Und im Prinzip ist das dann ja sozusagen nicht mehr der Arbeitgeber, der einem das sagt, sondern es ist das Urteil der Kollegen. Sie werden feststellen, dass die meisten großen Technologiefirmen von Mitarbeiter-Feedback besessen sind. Sie zu überwachen, herauszufinden, was sie tun oder ihre Produktivität zu steigern. Sie nennen das, sie glücklicher zu machen. Was da passiert sind, dass sehr viele verschiedene Kontexte plötzlich miteinander gemischt werden. Sollte ich meiner besten Freundin in der Firma nicht immer eine gute Bewertung geben, unabhängig davon, wie ich jetzt fand, dass sie die Arbeit erledigt hat, in welche Gewissenskonflikte man dann hineinkommt, wenn man gezwungen ist, eine solche Software zu verwenden, tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass das in Deutschland überhaupt Verwendung finden würde. Ruben Ritter ist Vorstand von Zalando. Er gibt selten Fernsehinterviews, will aber klarstellen, digitale Feedback-Systeme seien im Neuland. längst üblich. Wir sind definitiv nicht die einzige Firma, die 360-Grad-Feedback nutzt. Und ich glaube, das ist in Summe eine Weiterentwicklung in der Bewertungskultur und Feedback-Kultur, dass auf mehr Daten geschaut wird. Es geht darum, wie können wir möglichst viele Datenpunkte sammeln, um eine objektive Einschätzung zu schaffen, um zu wissen, wo wurde wirklich Tolles geleistet und wo müssen wir weiter daran arbeiten. Und insofern ist es die Grundlage von diesem Versprechen an Mitarbeitern. Wir haben früher immer gesagt, Zalando is a place to learn and grow. Und für mich sagt das eigentlich den Kern aus darüber, warum Mitarbeiter gerne hier arbeiten. Momentan prüft die Berliner Datenschutzbehörde das Tool. Das Programm werde ständig überarbeitet, sagt Zalando. Die Digitalisierung verändert vieles grundlegend, wie wir arbeiten, aber auch, wie wir zusammenleben. Wer hat welches Wissen über uns und wie wird es genutzt? In China wacht der Staat über den digitalen Fortschritt. Entschlossen jagt das Land in Richtung Zukunft. Und sie wollen dabei sein. Eine Gruppe deutscher Unternehmer. Früher führten solche Neulandtouren in Silicon Valley. Inzwischen, hier organisiert von der Unternehmensberatung Accenture, nach Shanghai. China ist beim digitalen Wandel ganz vorn dabei. Viele Leute haben davon schon gehört. Sie alle glauben an China, sie haben Interesse an China. Das ist heute das Besondere. Geleitet wird die Reise von Dr. May Wong. Sie ist in Peking geboren und arbeitet für Accenture in Hamburg. Erste Lektion für die deutschen Besucher, Gesichtserkennung. Was passiert, wenn man hier bei Rot über die Ampel geht? Wenn Sie über Rot gehen, wird Ihr Gesicht erfasst und dort auf dem Bildschirm angezeigt. Dann wissen alle Leute, dass sie einen Fehler gemacht haben, dass sie bei Rot über die Straße gegangen sind. Schauen Sie, schauen Sie, diese Leute haben das Gesetz gebrochen. Die Technik hilft, damit die Leute das Gesetz einhalten? Ich würde sagen, ja. Es stellt die Leute bloß und das funktioniert. Die gehen jetzt vorsichtiger über die Straße, wenn sie eine Kamera sehen. Insgesamt 600 Millionen intelligente Kameras überwachen das Land. Sie erkennen, wen genau sie gerade filmen. Die Regierung gibt den Projekten Namen wie Adleraugen oder Himmelsnetz. Was hat der Staat vor? Guten Morgen, ich bin Chen. Ich will euch etwas zeigen, das man nur in China machen kann. Wofür die gesammelten Daten verwendet werden können, erklärt das chinesische Staatsfernsehen. Schon jetzt gibt es freiwillige Punktesysteme, die den Kunden belohnen. Etwa, wenn er beim Shoppen seine Daten an die Plattformen gibt. Shopping-Gewohnheiten, Überweisungen, ob ihr eure Rechnungen pünktlich bezahlt, das wirkt sich alles auf euren Sesame-Credit aus. Meiner liegt bei 745, deshalb kann ich ein Fahrrad ohne Kaution leiden. In diesem Jahr will China ein staatliches, für alle verpflichtendes Social-Credit-System einführen. Jeder Mensch soll dann vom Staat einen Punktestand bekommen. Das Social-Credit-System oder das Scoring baut darauf auf, dass man erstmal Informationen sammelt über die Bevölkerung, über die Menschen. Gehen die bei Rot über die Ampel, haben die mal falsch geparkt oder haben die auch vielleicht ein Verbrechen begangen. Das wird gesammelt und dann gibt es Punkte dafür. Damit soll natürlich auch der Wert dieser Person irgendwie gemessen werden. Und insbesondere im Social-Scoring geht es dabei oft um die Frage für, wie stark jemand zur Gemeinschaft beiträgt. Und wenn die Regierungen gut sind, könnten sie diese Informationen für Gutes nutzen. Dienstleistungen verbessern, die Gesundheitsversorgung und so weiter. Bei schlechten Regierungen wird das problematisch. Da kann es zu Ausbeutung und Tyrannei aller Art führen. Der chinesische Staat plant bereits Sanktionen für Menschen, deren staatlicher Score unter einen Mindestwert fällt. Sie können nicht mit dem Flugzeug reisen, nicht mit Hochgeschwindigkeitszügen, nicht in Luxusrestaurants gehen und auf keinen Golfplatz. Sie bekommen keine Versicherung und können nicht mal ein Haus mieten. Wenn einmal das Vertrauen verletzt wird, wird es überall Einschränkungen geben. Was in China passiert, ist eine gesellschaftliche Revolution. In atemberaubendem Tempo baut die Regierung das Land um. Udo Kleine-Bölting leitet in Deutschland eine Vermögensverwaltung. Man muss nicht mögen, was man sieht, um von Chinas Entschlossenheit beeindruckt zu sein. Das ist, glaube ich, der Riesenvorteil eines Einparteien-Systems. Wenn da die Losung kommt, wir werden das ändern, dann wird das geändert. Es werden Internet-Strand-ups gegründet. Der Staat gibt jede Menge Geld dazu. Also da würde ich sagen, ist 1-0 China. Gut zwei Stunden von Shanghai entfernt, in Hangzhou, liegt das Headquarter der Mega-Plattform Alibaba. Sie investiert in die Firma, die die Gesichtserkennungssoftware der Regierung entwickelt. Unterstützt das Social Scoring-System. Kameras von Fernsehteams aber lässt Alibaba eigentlich nicht auf das Gelände. Wir begleiten die Reisegruppe bis zum Foyer. Dann heißt es, ab hier Kameras aus. Innen sind nur Fotos erlaubt. Die Reisegruppe erfährt, Alibaba baut gerade ein weltumspannendes Logistiknetz auf. In 72 Stunden will man jeden Punkt der Erde mit seinen Produkten erreichen können. Am Abend in Hangzhou. Zeit für die deutschen Unternehmer, das Erlebte zu ordnen. Es gibt eine unfassbare, unfassbare Technologiefreundlichkeit. Technologie wird uns eine rosige Zukunft bereiten. Und auch ehrlich gesagt, deshalb hat man überall ein Stück Weltherrschaft. Es ist der digitale Totalitarismus. Und der scheint das erfolgreichste Modell zu sein. Wir haben die Leute den Eindruck, der Staat funktioniert. Während wir in Deutschland den Eindruck haben, der Staat funktioniert eben nicht. Und das weckt sie eben aus. Und dadurch nehmen die, glaube ich, auch alles andere in Kauf, was für uns extrem schwerwiegt. Ein Nachteil, ne? Überwachung und Scoring und so weiter. Und du denkst dir aber, irgendwann muss doch jetzt mal einer sagen, keine Ahnung, da ist George Orwell im Raum. Aber das hört man eben nicht. Und da ist man irgendwie überrascht. Und das bringt die eigene Position schon ein bisschen ins Wanken, denke ich. China setzt uns unter Zugzwang. Was ist zu tun, damit unser Neuland kein autoritärer Überwachungsstaat wird? Aber auch nicht mit der alten Welt untergeht? Wie gelingt der demokratische Weg hin zum digitalen Staat? Dorothee Bär spricht an diesem Abend in Lissabon vor deutschen Start-ups. Ja, jeder findet, dass es großartig ist, was in China passiert. Trotzdem möchte niemand in Deutschland chinesische Anwendungen so haben, die dann auch auf Kosten von Freiheit und Menschenrechten gehen. Keiner will bei uns die Demokratie aufgeben. Und trotzdem glaube ich, dass wir es auch ohne unsere demokratischen Grundwerte aufzugeben, es trotzdem schaffen, schneller werden zu können. Weil wir es auch müssen, haben wir jetzt in dieser Legislaturperiode schon gemacht. Wir haben ja alleine dadurch, dass wir jetzt auch agiler in der eigenen Verwaltung sind, das geht ja auch immer nur mit den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir es da auch schaffen, schneller Entscheidungen zu treffen. Der digitale Staat. Dorothee Bär verspricht den Start-up-Unternehmerinnen, dass er rasch Wirklichkeit wird. Als ein Beweis, dass auch eine Demokratie ins Neuland geführt werden kann. Aber hier ist man skeptisch. Digitale Verwaltung geht seit 1999 oder früher in Estland, wo es halt keine 10 Minuten dauert, ein Unternehmen zu gründen. Wenn ich Ihnen erzählen würde, was wir alles tun mussten, um eine Firma zu gründen, also das möchte kein normaler Mensch machen. Und da kann ich auch verstehen, warum Menschen keine Firma gründen. Ich finde, wir machen viel, viel mehr, als man nach außen sieht. Wir haben ja eingeführt, dass bis zum Jahr 2022 alle Verwaltungsdienstleistungen auch digitalisiert sein müssen. Und haben jetzt angefangen mit Elterngeld, mit Kindergeld, mit Wohngeld beispielsweise, dass wir mit bestimmten Leistungen, die ausschließlich in Zukunft digital machen, das passiert alles gerade parallel. Parallel vielleicht, aber auch schnell genug? Vergleicht man den Stand der Digitalisierung der Verwaltung, gehört Deutschland zu den langsamsten Staaten Europas. Ob digitale Steuererklärung oder die Online-Terminvereinbarung fürs Bürgeramt. Schaut man sich an, wie viel Prozent der Bürger in Europa digitale Regierungsangebote nutzen, liegt Deutschland ziemlich weit hinten. In Deutschland nehmen nur 42,6 Prozent der Internetnutzer digitale Verwaltungsangebote in Anspruch. Im europäischen Durchschnitt sind es 64,3 Prozent, in Schweden sind es 93,1 Prozent. Hinter Deutschland liegen nur noch Italien und Griechenland. Das liegt auch daran, dass man die meisten Dinge flächendeckend gar nicht online erledigen kann. Kindergeld beantragen, eine Baugenehmigung bekommen, einen Reisepass verlängern, alles nicht möglich. Dabei verpflichtet das sogenannte Online-Zugangsgesetz Bund, Länder und Kommunen, dass bis 2022 fast alle Leistungen im Internet erledigt werden können. 575, von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zweitwohnungssteuer. Auf dem internen Informationsportal lässt sich der bundesweite Stand der Umsetzung finden. Aktuell gibt es zu 140 dieser Leistungen keine Informationen, zu 405 Leistungen finden sich online lediglich Hinweise zum Ausfüllen auf Papier, 17 kann man online ausfüllen und ausdrucken. Für drei Leistungen kann man online Anträge abschicken und bislang gar keine vollständig online nutzen. Bislang scheint die Verwaltung in Deutschland schon an Neuland-Level 1 zu scheitern. Staatsministerin Dorothee Bär ist in ihrem Wahlkreis und will Senioren für Konsolenspiele begeistern. Das war der richtige Briefkast. Vielen Dank erstmal allen Beteiligten, dass es möglich ist, dass wir heute hier in Mellrichstadt digitaler sind als in allen Millionen Einwohnerstädten in Deutschland. Aber auch hier in Mellrichstadt ist die Verwaltung weiterhin genauso analog wie anderswo. Das Online-Zugangsgesetz OZG längst noch nicht umgesetzt. Was sind da konkrete Maßnahmen, die Sie vorantreiben, um das OZG schneller voranzubringen? Mit den Ländern reden, reden, reden und dann auch gegenseitig so eine Begeisterung und Leidenschaft aufbauen. Wir hatten erst in der letzten Woche wieder mit allen 16 Ländervertretern im Kanzleramt ein Treffen. Und das war jetzt auch so das Erste, wo man das Gefühl hat, dass sich das sehr viel bewegt hat, auch mental viel bewegt hat. Ich weiß, dass es immer so ist, habe ich heute auf Twitter wieder gelesen. Ja, da müssen Sie einfach mehr Druck machen und die Leute da mehr in Senken stellen. So funktioniert Politik halt nicht, sondern es ist nur ein Mitnehmen auf allen Ebenen und die Leute zu irgendwas zwingen, selbst wenn man es theoretisch könnte. Davon habe ich noch nie was gehalten. Ich habe dann irgendwann mal versucht, eine Begeisterung zu wecken und habe dann gesagt, ja, da müssen die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr in den zugegen Fluren der Rathäuser sitzen. Und hatte einen totalen Shitstorm von lauter Bürgermeistern, die gesagt haben, unsere Rathäuser sind so schön und freundlich gestrichen und das ist eine Unverschämtheit, da zieht es nicht. Und im Grunde sind wir sehr strukturkonservativ. So soll sich bloß nichts ändern. Alles immer ganz schwierig. Tatsächlich glaubt ein Drittel der Deutschen, dass die Gefahren der Digitalisierung größer sind als die Chancen. Anders als in China kann hier Fortschrittsglaube nicht staatlich verordnet werden. Online haben wir in der Rubrik Docupy Talks Neulandfans und Skeptiker zusammengebracht. Zum Beispiel zwei Senioren und den alten Pflegeroboter Pepper. Hallo, ich bin Pepper und helfe in der Altenpflege. Wer seid denn ihr? Ja. Wir sind Gäste. Wie geht es euch? Uns geht's gut. Frage, ob... Mir auch. Er hatte meine Frage noch nicht mal abgewartet. Was kannst du alles? Zum Beispiel Taichi und Memory spielen, Fragen beantworten, singen, tanzen, Witze erzählen. Kannst du auch musizieren? Na klar kann ich das. Wer es glaubt. Aha. Nicht wahr. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Oder etwa nicht. Und heute verbring ich mich daran. Jeder Mann endlich sieht Lady Samba. Jeder sieht, dass du kein Kind mehr bist. Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringst und mehr vergisst. Upsa. Ich hatte mir unter Pflegeroboter eigentlich was anderes vorgestellt. Ein Pflegeroboter ist für mich... Beim sozialen Dienst bin ich im Einsatz. Ja. Es wird zu mechanisch. Also menschlich zu wenig. Das stimmt. Ich bin ja auch eine Maschine. Prima. Ja. Welche digitalen Neuerungen machen unser Leben besser? Welche nicht? Wer in einer Demokratie Dinge ändern will, muss diese Fragen debattieren und die Mehrheit der Menschen hinter sich bringen. Ganz anders als in China. Die Delegation erfährt, schon bald soll dieser autonom fahrende Bus auf die Straße dürfen. Die Regierung liefert die nötigen Gesetze. Wir werden das Gesetz verändern. Am Abend segnen Parteivertreter neue Kooperationen mit westlichen Firmen ab. Es scheint die perfekte Partnerschaft zwischen autoritärem Staat und Digitalwirtschaft. Und in Deutschland? Wer bestimmt hier den Weg ins Neuland? Ruben Ritter, der Vorstand von Zalando, ist auf dem Weg zu Staatsministerin Dorothee Bär. Es gebe viel, worüber Plattformchef und Politikerin streiten könnten. Die Unentschlossenheit der deutschen Neulandpolitik. Den Machthunger der Plattformen im Netz. Aber sie lassen es ruhig angehen. Ich glaube, mit Dorothee Bär haben wir eine Politikerin oder eine Gesprächspartnerin, die sich ja auch schon lange bevor sie Staatsministerin für Digitalisierung geworden ist, für das Thema interessiert hat. Und ich glaube, da gibt es ja auch immer Ideen von beiden Seiten, über die man sich austauschen kann. Es gibt irgendwo Probleme, die man besprechen kann. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die da immer sagt, irgendwas wird da jetzt durchgedrückt oder man vergreift sich im Ton oder man wird laut. Das ist zumindest nicht meine Art, Politik zu machen. Es gibt ja auch Politikerinnen, gerade in dem Bereich, die sagen eher, ich nehme mir die Unternehmer zu Brust. Das ist nicht ihr Stil. Ja, das kommt immer in der Bevölkerung total gut an und das kommt wahrscheinlich auch bei Ihnen total gut an, weil das macht dann Klicks und steigert die Auflage. Jeder, man muss immer wissen, jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen. Jeder ist an der Stelle, an der er steht, auch von gewissen Zwängen umgeben. Aber Sie sehen sich schon als die, die voranschreitet. Ich schreite jeden Tag voran mit ganz großen Schritten, mit großen Visionen, auf hohen Absätzen, in die Zukunft, auf eine positive digitale Zukunft. Wir brauchen eine Politik, die die Frage auf die Agenda setzt, wie soll die Digitalisierung aussehen, die unsere Welt verändern wird. Hier ist es eine Herausforderung für die Regierung, und zwar auf jeder Ebene, der Kommune, auf Landesebene, auf Bundesebene, sozusagen da eine Sicherheit im Wandel zu schaffen. Das Mindeste, was Demokratien meiner Meinung nach ändern müssen, ist Schritt zu halten und die Menschen zufriedenzustellen. Ob das reicht, um digitale Technologien zu kontrollieren, zu demokratisieren und zu regulieren, ist eine andere Frage. Wir müssen von Technologen lernen, was alles machbar ist. Und sie müssen wiederum von der Gesellschaft und von Politikern gesagt bekommen, welche Regeln und Vorschriften für ihre Systeme gelten. Wer hat die Macht im Internet? Die Politik? Unternehmen? Wir alle? Was meinen Sie? Online geht die Diskussion weiter. Unter Hashtag Neuland stellt DocuPy diese und andere Fragen. Und sie geben erste Antworten. In München hat man sich, wie in vielen deutschen Städten, bereits dafür entschieden, Alibaba in den Alltag zu lassen. Am Viktualienmarkt kann man in bar bezahlen oder mit der Alibaba-App Alipay. An vielen Geschäften das chinesische Logo. Bei der Drogeriekette DM kann man, wie in allen rund 2000 deutschen Filialen, mit Alipay bezahlen. Und ein alteingesessenes Wirtshaus hat eine blau-weiße Fahne durch eine von Alibaba ersetzt. Und so kommt das Neuland nach Deutschland. Hier erstmal aus China. Und so kommt das Neuland nach Deutschland.